Ich hab die Schnauze voll seit 16 Jahren immer das gleiche Schema. Jeden zweiten Tag sind wir irgendwo gefesselt. Psst, laut, das geht die anderen überhaupt nichts an. Was hast denn du in letzter Zeit? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Warum? Ist dir eigentlich klar, was wir den ganzen Tag machen? Grundloses Anschleichen, stundenlanges Spurenlesen und völlig sinnlos nebeneinander herreiten. Das nimmst du reiten, was du da machst. Hast du was gegen meinen Reitstil? Das ist doch kein Reitstil, das ist Tierquälerei. Er legt mich doch am Arsch. Ja, wie denn?